Bandai Namco Entertainment, entwickelt von Bandai Namco Studios, Toseco Limited, Unreal Engine, QuaiWare und dieses Spiel unterstützt eine automatische Speicherfunktion. Das ist ja toll. Was ist denn das für ein Spiel, das wir spielen? Eins, wo Systemdaten geladen werden. Bitte warten. Daten zu zusätzlichen Inhalten werden überprüft. Bitte warten. Ja, und damit willkommen zum Let's Play von Scarlet Nexus. Er ist erst vor wenigen Tagen erschienen und jetzt hier schon auf dem Kanal. Dieses Spiel ist aber auch jetzt hiermit offiziell deklariert als Werbung. Denn ich habe dieses Spiel kostenlos erhalten und ja, ich werde nicht dafür bezahlt. Und ich muss nicht, ich habe nicht eine gekaufte Meinung. Es ist egal, was ich halt über das Spiel sage. Ich darf es halt nur für euch spielen. Ohne weitere Kosten. Und ja, wir werden das Spiel zweimal durchspielen, denn es geht hier quasi um zwei Charaktere. Zwei parallel laufende Storys quasi und beides gehen wir auf jeden Fall durch. So, das jetzt zum Thema Werbung. Also es ist ein bezahltes Let's Play, wo ich nicht bezahlt werde. Also meine Bezahlung besteht darin, dass ich das Spiel erhalten habe. So, das muss ich jetzt hier einmal offiziell kundtun, damit das halt auch jeder vielleicht verstanden hat und so. Ganz kurz in den Optionen. Wir haben unter anderem halt auch die Möglichkeit, japanische Stimmen zu nehmen. Ich bin da tatsächlich sehr versucht und ja doch, ich bin versucht, das tatsächlich zu machen. Auch wenn wahrscheinlich so der ein oder andere von euch denkt sich so, na nee, macht doch die englische Stimme. Aber ganz ehrlich, ich bin ein Fan der japanischen Sprache und auch wenn halt manch anderer jetzt halt eventuell abschaltet und denkt so, na nee, japanisch kann ich mich nicht anhören, boah nee. Ähm, ich werde es dennoch tun. Ja, ich habe bisher kein Spiel auf meinem Kanal irgendwie mit japanischer Originalvertonung. Ich würde es dennoch mal gerne tun. Ja, so. Einfach, weil ich das will. Ja. So, jetzt starten wir ein neues Spiel. Und da sind auch schon die zwei Charaktere, um die es quasi in diesem Spiel geht. Zwei komplett unterschiedlich aussehende Charaktere. Einmal hier eine junge Lady. Oder hier innen her, den taffen Typen bestimmt. Ähm, ja, wir fangen an mit dem taffen Typen, der da so auf der Ecke sitzt. Das kann auf der Aue nicht gesund sein. Ja, und die andere lassen wir einfach so lange stehen. Den Yuitu Sumeragi. Er stammt aus einer großen Familie, Nachkommen des Gründervaters, ein fröhlicher und optimistischer Junge mit standhaftem und freundlichen Herzen. Nachdem er als Kind von der AAS gerettet worden war, wollte er sich der AAS als Freiwilliger anschließen, um andere retten zu können. Er führt seinen Nahkampf mit einer Kombination aus schnellen Schwertangriffen und Psychokinese-Fähigkeiten. Gut. Wir können natürlich jetzt einmal noch mal kurz rüber gucken, was sie denn hier eventuell hätte. Von der AAS angeworben war sie eine Elite-Kadettin an der Akademie und stets die Beste ihrer Klasse. Sie ist kühl, rational und anderen gegenüber gleichgültig eingestellt. Und die einzige Person, der sie offen begegnet, ist ihre Adoptivschwester. Sie ist ihr gegenüber äußerst loyal und würde alles für ihre Schwester tun. Sie führt den Fernkampf mit einer Kombination aus Fernangriffen mit ihren Klingen und Psychokinese-Fähigkeiten. Aber Kasanis Geschichte schauen wir uns erst an, wenn wir seine durchhaben. So, Juitu, dann zeig mal, was du so drauf hast. Okay, ich stelle mal auf. Okay, also egal was ich tue, immer überleben. Das wird nix in diesen Let's Play mit mir. Das kann ja nix werden. So, der AAS-Trainings-Einrichtung-Besprechungsraum. Die Trainings-Einrichtung wird auch als Besprechungsraum genutzt. Es werden spezielle Visionen für die aktuelle Aufgabe hier benutzt. Okay, kann ich so schnell lesen? Ein Gehirnverbindungskabel. Es sieht aus, als würde es weh tun. Ich komme aus. Ich komme aus. Oh, fuck. Guck! Okay, so wir sind jetzt hier in einer Art Simulation, ja, bewegen Kamerasteuerung, bewegen Sie linke, äh, Linguistik, Kamerasteuer mit rechts, Kamerazugs setzen mit R3, Kamerainstellungen können über Options, unter Optionen in Einstellungen geändert werden, okay, Aktualität beschließen, jo, so, unten haben wir unsere Lebensanzeige, die wird bestimmt ziemlich schnell, ähm, sinken. Ich kann springen. So. Die AAS ist wohl eine Einheit, die sich halt um das Böse hier kümmert, ja, was auch immer das für Böse sind, guten Tag. Okay, Psychokinese, halte R2 gedrückt für Psychokinese-Angriff. Äh, verbrauche die PK-Anzeige, um umliegende Objekte zu kontrollieren und anzugreifen. Probieren wir mal direkt. Ah, okay. Also das, was ein bisschen aussieht, die lila an Leiste, die sieht ja ein bisschen so aus wie beim Media Player, wenn du halt da irgendwie so ein, äh, visualisierten Equalizer halt da einbaust. So ein bisschen ist da halt also dann die PK-Anzeige. Okay, erfasse mit R3 ein Gegner als Ziel. Erneutes Drücken hebt die Zielerfassung auf. Die Zielerfassung ist eine grundlegende Kampftaktik, mit der du dein Ziel leichter treffen kannst. Erfasse deinen Gegner als Ziel, sobald du ihn siehst. Okay. Äh, äh, da. So, und dann schmeiße ich dem einfach auch was entgegen. Okay. Da hast du ein Auto. Wow, 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 wow. Explosion. Mehr Explosion. So. Jetzt kann ich hier weiter. Hier war eben hier im Bereich abgesperrt. Davon haben wir weitere Gegner. Aber hier sind keine Objekte zum durch die Gegend schmeißen. Hier können wir unser Schwert benutzen. Jui Touhou kämpft mit seiner Kraft Psychokinese und mit seinem Schwert. Die Angriffsreichweite seines Schwerts ist kurz. Doch mit seinem schnellen Angriff kann er Gegner überwältigen. Er greift Gegner nacheinander im Nahkampf an. Waffenangriffe mit Quadrat laden die PK-Anzeige geringfügig auf. Es ist ein Mix aus Waffen und Psychokinese-Angriffen, um Gegner zu besiegen. Wenn du kein Ziel erfasst hast und ein Gegner angreifst, wird er automatisch erfasst. Automatische Zielerfassung und Wechsel können über Options unter Optionen in Steuerung geändert werden. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Waffen-Kombo-Angriff. Ja. Ich muss ihn nur treffen. So. Also trotz Zielerfassung. Nicht immer gut. Was? Springe vorwärts und bewege dich mit den Linkstickern in eine andere Richtung. Okay. Okay. Welche Gegner schon angriffen mit Zeug aus? Okay. Und da haben wir irgendwelche Fliegeviecher. Okay. Ziel wechseln. Ja. Okay. Gut. Schlagangriff. Aufwärts. Die beiden Tassen zusammendrücken. Okay. Das kann ich. Wenn ich treffe. Okay. So. Das Vieh auch noch. Die olle Sumsebiene. Die ist aufwärts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Guten Tag. Nicht getroffen. Mist. Okay. Ich muss mich ja selbst noch ein bisschen in das Kämpfen mit einfinden. Aber ich glaube das kriege ich irgendwie hin. Oh nein. Ich wurde getroffen. Oh nein. So kann ich hier weiter? Ich kann weiter. Ja. Juitus Spezialangriff. Drücke Dreieck. Während du dich bewegst um einen Bewegungswirbelangriff auf einen großen Bereich auszuführen. Die PK Anzeige wird zu einem großen Teil wiederhergestellt. So kannst du mit dieser Kombo die Anzeige hoch halten. Der Angriff kann zwar nur einmal pro Kombo ausgeführt werden. Aber durch das Erlernen weiterer Fertigkeiten kannst du die Anzahl der Angriffe erhöhen. Okay. Naja ne. Learning by doing und so. Kommen wir zusammen. Ah ok. Schnellfolgenangriff. Führe mit Quadrat einen Waffenangriff aus. Wenn du einen Psychokineserangriff mit R2 gedrückt halten landest um mit einem Schnellfolgeangriff zu einem Gegner aufzuschließen. Okay. Probieren wir mal. Und hier ist der Psychokinesemacher. Und dann. Ah ok. Dann sprintet er direkt ran. Ok. 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 Führe stark. Fülle sie wieder auf indem du Angriffe ausführst. Ok. 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 ja so ist das schon besser okay das klappt eigentlich ganz gut du kannst du jederzeit mit dem hilfe ich kann es mir jederzeit nachlesen okay ich bin bereit für offener welt oder so wie heute noch nicht ich bin immer gespannt was unsere tagtäglichen tagtäglichen taten dann so sein werden wahrscheinlich das böse bekämpfen und so menschen retten menschen helfen alte frauen über die straße führen also tolles zeug halt was man halt macht als netter mensch das sind viele anzeigen ryujin bezirk su das ist das 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 Nagi Kaman Wir sind auch ein Ich glaube, ich habe einen Tränen von einem Kasten für morgen. Ich glaube, ich kann nicht so glauben. Ja, genau, genau. Was ist, Yui? Ich bin froh, dass ich nicht. Ich habe gesagt, dass ich meine Kinder in der Kinder in den Kasten schaden. Ich glaube, ich wollte mich wie ein Mensch sein. Aber... Aber... Was ist das? Ich denke, ich denke, es ist das. Ich glaube, es ist das wirklich gut. Ich habe mir das Leben geholfen, und ich möchte mich dafür helfen, und ich glaube, es gibt mehr Menschen. Hey, hey, Ich glaube, es ist eine große Herausforderung, was man für ein Mensch. Wir werden mit den Kriegern und kämpfen mit den Kriegern. Erstens, wir müssen das einigermaßen machen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass ich mich nicht sicher war. Wir müssen erst einmal die Kriegern. Nagi, danke. Ich wünsche dir, Yuito-Kun. Sollte, dann werden wir nach dem Smeeragi-Lio verabschieden, nicht wahr? Das ist das Problem, dass ihr euch ein wenigstens zu erzählen. Haha, das ist nicht nur das. Jetzt sind wir mit Bucky-Lio und Bucky-Lio zusammen. Was? Das ist ein Haus von Smeeragi-Lio? Das ist die Einzige von Yui und der Familie. Ich würde sagen, dass ich irgendwie das ganze Haus für die Weltkrieg. Ich glaube, ich glaube, aber ich kann das alles. Ich glaube, dass ich das vorher an- und ich habe. Ich glaube, dass ich zu einem anderen und ich werde einen Beklamm sagen. Also sollte ich mich nicht beantworten, wie ich diesen Arzt zu geben. Ich hoffe, dass ich mich nicht in der Tatsache gewinne. Ich bin wirklichig, was ich zufrieden. Also, wenn man auf der Kursie oder auf der Kursche beherrscht, dann macht man nur einen körperchen, was man sich schließlich fragt. Aber ich glaube, ich bin ein körperchen, so wenn man es auf der Kursche ist. Und ich habe auch eine solche Sendung für mich, wie mir ich so viele menschen, wie ich nur was mit einer Kursche. Ja, ich habe schon wieder geholfen, habe ich mich so gemacht. Was ist das? Und das war er so gut, was ich? Das war der Smeragi-**-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin! Was hat er... Du bist so schuldig an. Die Anishin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin-Gesuchin kann man erstmal mit dir Zeit Multistivalen. Was verstehen? Das war das小. Es ist wirklich ein Gericht, aber ich weiß, wie es die Kürbüse zu machen hat. Dann können wir einen Arke-Kürbüse mit der Kürbüse auskennen. Aufmerksam ist das nicht die Kürbüse, wie die Kürbüse auskennen. Ich hoffe, dass mich die Kürbüse auskennen. Dann hat er mir das Kürbüse auskennen. Dann machen wir den Kürbüse auskennen. Wenn wir mit dem Kürbüse auskennen, ist es hoch, wenn ich mit ihr gleich noch einigte. Was? Das war jetzt ein bisschen Hintergrund-Story-Gespräch, vor allem mit seinem besten Freund Nagy. Und wir wissen halt jetzt auch etwas über Juitos Vater und generell so ein bisschen Zusammenhang. Wieso, weshalb, warum ist überhaupt den Ars beigetreten? So, im Handlungsverlauf erhältst du Nachrichten von diversen Charakteren. Du kannst sie im Hauptmenü im Bibliotheksbildschirm-Options einsehen. Mit R1 und hoch kannst du den Hirn-Nachrichtenbildschirm auch direkt öffnen. Okay. R1 und hoch. Minikarte, Gebietskarte. Da ist die oben rechts. Die Minikarte wird rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Darauf kannst du dir deine Umgebung und die Richtung des Ziels anschauen. Du kannst sie in den Optionen, die du mit Options öffnest, im Hauptmenü ein- oder ausschalten. Okay. Warte. Da ist noch eine zweite Seite. Das Touchpad öffnet die Umgebungskarte. Dort siehst du mehr Details deiner aktuellen Position als auf der Minikarte. Das nächste Ziel wird oben auf der Umgebungskarte angezeigt. Wenn du einmal nicht weißt, wo du bist, schaue auf der Umgebungskarte nach. Okay. So. Das heißt, Hirn-Nachrichten. Da. Es ist endlich vorbei. Ähm. Wir werden endlich offizielle Mitglieder der ARS. Es fühlt sich noch immer so unwirklich an. Gerade als ich dachte, das harte Training wäre vorbei, kommt dieser letzte Test. Ich war schon so oft davor aufzugeben, aber ich konnte mich durchschlagen, weil ich mit dir zusammen war, Juitu. Wir sind Freiwillige. Also werden wir es wohl wirklich nicht leicht haben. Aber ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch als Mitglieder der 567. ARS-Klasse zu dienen. Okay. Und das ist ein Bericht. Das, was wir vorhin gekriegt haben von seinem Bruder, den Kaito. Die finale Prüfung ist vorbei. Morgen werde ich offizielles Mitglied der ARS sein. Ich werde mein Bestes geben. Gute Arbeit. Du hast es durchgezogen. Jo. Okay. Das sind die Optionen. Bibliothek, Geschichte. Das ist so quasi hier. Prolog können wir da nochmal anschauen, wenn wir irgendwie eine Katzchen verpasst haben sollten. Ähm. Dann haben wir hier Charaktere. Ne. Ihn hier. Mit Körpergröße und Geburtstag und und und. Ähm. Denagi. Der hat auch eine ID. Interessant. Ist auch männlich. 5. Juni hat der Geburtstag. Ist ein bisschen kleiner. Erokinese. Erokinese. Und das andere ist Psychokinese. Ja. Psychokinese ist ja vom Geist heraus. Erokinese ist mit der Luft. War für Chakram. Okay. So. Gegner. Haben wir schon so ein paar gefunden. Absichtungsbereiche. Okay. Kommen da noch Schwächen dazu oder wofür ist das obere Ding? Ich hab keine Ahnung. Und hier ist halt die ganze Hilfe drin. Wenn ich Hilfe brauche. Okay. 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 Und diese schöne Stadt können wir dann jetzt hier mehr oder weniger erkunden. Das Ganze hier hat auch irgendwie so eine Art Cell-Shell-Ding-Look. Gefällt mir irgendwie. Und ja, ich hätte dieses Spiel trotzdem gespielt. Auch wenn ich das Spiel nicht schon sonst gekriegt hätte, hätte ich dieses Spiel trotzdem gespielt. Halt nur, dann nicht jetzt. Sondern wahrscheinlich dann, wenn es in Vergessenheit geraten wäre. So. Da vorne müssen wir hin. Da ist auch irgendwie ein Diskettenladen oder eine Speicherfunktion. Ich habe keine Ahnung. Speicherpunkt. Es wurde eigentlich gesagt, das Spiel speichert automatisch. Aber gut. Ich würde sagen, wie das von hier aus weitergeht. Unser schönes Abenteuer durch Scarlet Nexus erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Viel Spaß noch. Vielen Dank für's Zuschauen. Und bis dahin.